Die groß angelegte Verteidigung. Ist er immer noch unglücklich? Nein, er hat was zu essen gefunden. Meine Magier sollten eigentlich alle drei forschen. Meine Skelette trainieren. Sehr schön. Gut. Ja, ich übertreibe es jetzt vielleicht ein bisschen mit den Wächterfallen, aber trotzdem. Wir sollten hier gut gewappnet sein, wenn der Lord hier durchmarschiert. So, jetzt bauen wir noch eine Brücke zu. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Diesen Wachraum hier. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Können uns da ein bisschen ausbreiten. Wächterfallen. Hier vorne können wir Giftgasfallen aufstellen. Der Wachposten dient als Alarmanlage und ruft alle Geschöpfe in ihren Wachräumen dorthin, wo der Alarm ausgelöst wurde. Na gut, den brauchen wir nicht unbedingt. Aber verstärkte Türen können wir gebrauchen. Ihr habt noch fünf Minuten Zeit. Lasst sie kämpfen. Ich finde das immer lustig, wie Skelette lachen. Ja, das ist eine richtige Todprügeltruppe. Und da hat man gerade einen Teuflerpupsen gehört, dass sie ja... Die benutzen auch ihre Giftgase zum Kämpfen. Ihr habt noch vier Minuten Zeit. Eine Gaspfanne wurde in eurer Werkstatt gebaut. Sehr schön. Das läuft eigentlich wie am Schnürchen. Alles in den Trainingsraum mal reinwerfen. Das, was nicht mehr trainieren kann, braucht doch nicht mehr trainieren. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Eine Gasfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr habt noch drei Minuten Zeit. Nur den Wachraum kann ich... Eine verstärkte Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Kann ich mal abreißen, den Wachraum? Ja, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen mit den Fallen, aber sicher ist sicher. Ich will nicht wissen, was und wie stark er noch so Sinn hat. Aber ich denke mal, das sieht schon bald gut aus. Dann verkaufe ich mal hier die Brücke. Wieder. Weil so ein... Damit helfe ich sonst nur dem Gegner. So. Ihr habt noch zwei Minuten Zeit. Alle Imps mal hier beim Dungeonherz absammeln. Lauten haben sie nämlich nichts mehr zu erledigen. Hier. Hier kann alles so bleiben, wie es ist. Wichtig ist nur, dass wir hier gut... ...vorbereitet sind. Ich habe fünf Skelette. Sieben kann ich maximal haben. Ja, ich mache immer wieder aus für sie die Gefangennahme ein und aus. Jetzt rennen meine Imps da unten hin und machen das hier noch fertig. Naja, super. Ah, gut, lass sie machen. Ich denke mal... ...ich habe hier schon so gut wie gewonnen, wenn ich mir so ansehe, was ich hier verzapft habe. Höchstens ist das Spiel jetzt so gemeint und hat irgendwo noch einen zweiten Weg, den ich nicht kenne. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt so unfair sind. Obwohl, das ist ein altes Spiel. Das ist noch etwas hart geworden. Nein, brauchen sie nicht. Eigentlich müssten bloß die Trolle nicht trainieren. Die müssten einfach nur... ...rumwuseln. Gut. Drei, zwei, eins. Seht, wie der Ritter und seine Gefährten in dieses Land eindringen. Na gut. Ich rechne schon fast damit, dass meines Wächterfallen alleine mit dem bisschen hier zurechtkommen, was hier auf uns zukommt. Aber sicher ist sicher. Lasst erst mal den Raum hier passieren. Alle Imps, die nix zu tun haben, die hauen da mal ab. Und Elfen sollten eh nicht da rumwuseln. Die sollten eher trainieren. Du, auch Weckter. Ja, das wäre lustig, wenn der Imps im Trainingsraum trainieren könnte. Aber da in Imps-Leveln ja eigentlich durchs Buddeln und Sachen in Besitz nehmen. Ja, lauft schön weiter. Da gibt's nix. Die sind alle desertiert. Das dürfte euch ja gar nicht fomisch vorkommen. Hehehe. Ja. Den Fürsten überfallen. Sobald er so hier, sobald er vor meinen Fallen oder Beschuss genommen wird, werde ich ein Zusammenrufen loslassen auf meinem Wachposten. Da werden ja alle meine Kreaturen dahin rennen und ihm den Rest geben, falls er die Fallen überhaupt überlebt. Er hat nur 4 Level 4 Ritter. Das ist nicht gerade viel. Ja, der dürfte leicht zu besiegen sein eigentlich. Der liebe Lanzherr Woos wird sich gleich winden unter meiner übertriebenen Feuerkraft hier. Ah ja, okay. Also ich lese es gerade hier oben nochmal. Jede Waffenfalle oder Wächterfalle, die ich baue, geht hier mit 5 Mana aufs Minus. Und jeder Schuss, den sie haben, kostet 250 Mana. Also ob die Idee jetzt so gut war, dass ich so viele gebaut habe davon. Das ist wieder die andere Frage. Das werden wir ja sehen. Also ich wähle schon mal den Zusammenrufen-Zauber aus. Oh, der wird schon bombardiert. Das ist so übertrieben. Und der ist schon tot. Das war echt viel zu einfach. Das war echt viel zu übertrieben. Tja, das Böse darf schummeln. Das Böse darf übertrieben sein. Nur die Böse müssen sich an die Spielregeln halten. So, und Hordi schnappt sich den Kristall. Und damit haben wir schon Mission 9 gewonnen. Sehr schön. Die Stachelfalle strotzt nur so vor verborgenen Speeren. Okay, und wir kriegen nur eine neue Falle. Und jetzt gucken wir uns mal das Nachvideo an. Dieser Wichtfürst Voss dachte, er könne genug Verbündete zusammentrommeln, um gegen euch zu bestehen. Aber die Geschwindigkeit ist im Kampf eine weit wichtigere Waffe. Also ja, wir haben fünf Spezialobjekte verpasst, weil ich mich nur aufs Wesentliche konzentriert habe. Aber das ist eigentlich soweit egal. Wenn ich Bonus-Missionen finden sollte, gut, dann zeige ich die mal in extra Folgen. Aber ansonsten geht es jetzt nur um die Hauptmission. Also ich brauche mir jetzt hier nicht extra die Mühe, hier einen 100%-Durchlauf zu machen. Ich mache einfach bloß... Ja, ich will euch die eigentlichen Missionen zeigen. Die Bonus-Missionen sind eigentlich nur Unsinn, wenn man es so sieht. Aber das werdet ihr wahrscheinlich in den Sonderfolgen dann sehen. Gut. Aber wie man gerade gesehen hat, noch in dem Zwischenvideo, Imps können sehr schnell rennen, vor allem wenn sie das Gold abwerfen. Was aber allerdings blöd ist, weil wir das Gold als Keeper brauchen. Ah gut. Und wieder zurück zur Weltkarte. Hier tragen wir wieder keinen Narbeid und los. Asmodeus hat endlich Herzog Ronin besiegt und sich selbst zum Herrn des Herzogtums Waldplatzingen ernannt. Sorgen wir dafür, dass ein Aufenthalt dort ebenso kurz wie unangenehm wird. Ja, okay. Nun. Wie er gerade gesagt hat, endlich hat mal ein gegnerischer Keeper was hingekriegt. Bis jetzt war die, die wir besiegten, die wir hatten, alle inkompetent. Das heißt, jetzt geht es wohl das erste Mal gegen einen Keeper. Gucken wir mal. Gucken wir mal.